Hallo und Willkommen zurück zu ARK Survival Evolve zusammen mit dem Korti LP und hier dem Unterwasser Gefecht gegen den Hai. Hallöchen. Ich muss dazu sagen, ich hab keine Ahnung wo du bist. Ähm, ist schlecht. Direkt gegenüber von der Insel, wo die, dieser, dieses Monument ist in Rot. Bist du schon einmal die Insel rum? Jetzt muss er mich aber haben hier, oder? Oho. Alter, wie langsam der plötzlich wird. Das ist unser, glaub ich. Der greift mich gar nicht mehr an. Ist das schon betäubt? Nee, der berät sich doch noch. Papschal, komm noch ein Stück her. Ja, ich will nur nicht, dass der dann zu weit nach unten sackt, ne? Ich glaub, der bugt da fest. Das ist natürlich eine blöde Stelle. Ja, jetzt komm da rein. Jetzt drauf. Dass der hier auf der Sandbank liegen bleibt. Sehr schön. Der dürfte betäubt, ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Keine Narko-Barries dabei. Doch. Oder Dings dabei. Was, wenigstens Fleisch am Start? Natürlich. Dann guck mal, welches er benötigt. Tja, da ist jetzt das Problem. Er hat jetzt rohes Fleisch drin, aber das will er anscheinend nicht. Ja, kriegt er von mir hier. Läuft das besser? Auch nicht. Doch, hat er grad genommen, oder? Nee. Ich hab doch schon einen getamed. Was wollte der denn haben? Auch nicht schlecht. Voll vergessen. Ich sollte vielleicht auch auftauchen. Die Waffe grad voll am Erstecken. Pack ruhig noch mal rohes rein, weil das Gebratene nimmt er auch nicht. Ist drin. Und ich hatte kein, äh, Prime-Meat? Wie hieß es Prime-Meat? Erstklassiges, ja. Das ist mir leider von dem letzten Megalodon eben schon alles leider schon wieder weg. Verfault, ne? Ein mobile Kühlschrank wär ganz praktisch, ne? Verdammt, die kriegen wir denn jetzt getamed? Oh, ich hatt's doch schon mal. Ich glaub, das war jetzt nichts anderes. Oh, aber eben hat er was gegessen. Ja, ich hab das, äh, fern benutzt. Oh, so. Hä, was wollte der denn haben? Hat der vielleicht irgendwelche Beeren oder was gehabt? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich wollte grad sagen, wir reden von einem Hai. Na, eben. Ist auch geil, wie meiner da hängt. Warte mal, was... Und Kibbles hatte ich nicht. Ich hab dem wirklich nur Fleisch gegeben. Wo ist denn eigentlich unser Hai? Der steht da hinten. Hier genau zwischen den Inseln. Da ist er auch ganz gut aufgehoben. Aber hier, da hätte ich schon zwei, wenn der mal losessen würde. Was sagst du denn für ein Problem? Kannst du das nachgucken? Unserer hängt natürlich auch gerade richtig toll. Ja, ja, mein ich ja grad. Wie der da hängt, sieht gut aus. Warte, warte, warte. Gerade ans Hitset gekommen. Hat man nicht gehört, oder? Ein bisschen. Bupp, bupp. Ach so, der hat sich auch direkt so ein Fisch gekrallt, oder wie? 18 mal rohe Fleisch. Vielleicht muss es noch frischer sein. Das, was er gerade hat, ist frisch genug. Da kann ich das so selber wieder nehmen. Ey, das ist das letzte Mal die Aufnahmesession gewesen, ne? Ne, die vorletzte. Ich meine, ich hätte ihm nur Fleisch gegeben. Weißt du, wie der heißt, richtig? Ja, Raw Meat ist das schwächste. Dann kommt Prime Meat, Cooked Prime Meat. Und am liebsten hat er Prime Meat. Ne, am allerliebsten Kibble. Und dann Prime Meat? Das kann aber nicht sein. Hm. Boah. Da muss ich ja immer ja... Mal gucken, wie ich jetzt Prime Meat bekomme hier unten. Einfach einen anderen Hai, oder? Ich lege mich da mit diesem, äh... Bronto-Dingsbums an. Brontos. Ob ich das schaff? Hm, wo bist du denn schon wieder? Gegenüber auf der anderen Insel. Schauen wir da. Also jetzt da, wo das Monument ist. Ja, ja, ich seh dich grad. Ja, Bronto, obwohl, ja gut, ich wollt grad sagen, der ist ja nicht so schnell, aber der gibt ordentlich Gas. Ich würde mit deinem Vogel da weggehen. Wieso Bronto? Ach nee, das ist ja gar kein Bronto. Das ist ein Trike! Und hier wird direkt, äh, der andere Hai angegriffen. Hä? Welcher? Na, meiner. Achso. Oh, oh, oh. Aber guck mal, wenn der schwimmt, ist der voll langsam. Ich sag ja, wir brauchen mehr Haie. Vorsicht, da ist ein Hai. Geh da bloß weg. Ist der Bronto eigentlich hier? Ist der tot? Das ist der Trike? Keine Ahnung, der war irgendwo im Wasser. Boah! Der Ball war er weg. Oh, scheiße, nee, das war unsere. Hä? Welcher ist denn jetzt welcher? Warte mal, das ist unsere. Boah, der ist so schnell, ne? Ich muss doch eigentlich mal drauf auf den. Hau bloß ab, do! Komm, der hat doch nicht mehr viel. Wer ist tot? So. Oh. Großes Fleisch. Erstklassiges Fleisch. Viermal. Ja, dann bring's schnell darüber. Schaffst du das von der Zeit? Ich hoff's. Agi, komm her. Da siehst du schon, wenn wir jetzt tauchen würden, ne? Haben keine Chance, wenn da drei Haie sind unter Wasser. Und die sind da alle. Deswegen brauchen wir schon eine Armee. Ja, nur was für eine Armee. Ja, mindestens drei, vier Haie. Oh, der hat aber irgendwas gegessen jetzt hier, ne? Wie lang hält denn das? Ja gut, sechs Minuten, das ist ja okay. Oder braucht er das vielleicht gekocht? Ha, aber jetzt hat er 10 Effizienz 98,5 Prozent, ne? Ja. Ja, gekocht hat er sogar noch lieber, ne? Dann hättest du noch mehr Effizienz. Okay, bauen wir schnell ein Feuer. Nein, natürlich nicht. Agi, wo bist du? Aber ich könnte eigentlich jetzt mal gucken. Meiner müsste doch ein Level abhaben mittlerweile, oder? Ja. Äh, wo war denn jetzt... Ne, hä? Wo war denn jetzt der andere Knopf nochmal? Ne, das ist V, das ist... Boah, ist das schön. In dem blauen Wasser, ey. Da hast du direkt Bock auf Sommer. Oh, diese kleinen Fische, die krieg ich nicht mal, ne? Aber mit dem... Äh... Trike war jetzt auch lustig. Der ist geschwommen wie so ein Baby und dann... Zack, war er weg. Oder ist der hier runterge... Ja, genau. Oder der ist hier runtergefallen. In die Tiefen des Ozeans. Boah, ich brauch unbedingt noch Stamina für den Hai. Das ist krass. Noch ein bisschen. So. Was wollte ich dann jetzt? Äh, da schwimmst du. Ich hab grad nix zu tun, du. Ja, ich bin auch grad hier auf der Suche nach noch mehr Fleisch. Ich glaub, die drei reichen nicht, ne? Für den... Vier waren's. Oder vier. Oder unten. Äh, ne, da will ich nicht hin. Das ist viel zu weit weg. Das ist der... Hätte ja noch gar nix von gefressen. Die verderben gleich alle. Na toll. Mir ist kalt. Ja, du, immer mit deiner Kälte. Fangen den Fisch, Junge. Oh, ja, schön. Ein Kölkant, oder was? Neues Dossier. Hat noch keiner diesen Fisch getötet? Hihihi. Auch witzig. Was hat das gegeben eigentlich? Oh, ich hab ja auch noch erstklassiges rohes Fleisch. Einmal. Ach, da bist du. Aber da kommt gleich schon wieder der nächste Hai. Hm. Wer uns angreifen will. Hä? Ach, da. Oh, der ist ganz nah hier, bei dem anderen. Müssen wir aufpassen, ne? Ne. Oh, das war das Inventar von meinem Hai. Was ist denn jetzt hier los? Total zerfahren. Hä? Du hast gepfiffen. Achso, ja, da hinten ist doch ein Hai. Ja, ja, ein gegnerischer Hai. Ja. Warte mal, krieg ich dich angelangt? Der dürfte, der sollte natürlich nicht den angreifen, den wir gerade versuchen zu zähmen, ne? Oh, ich glaub, er kommt. Ha, komm her. Komm, komm. Put, 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 put. Böser Hai. Böser Hai. Boah, jetzt bin ich zurückgeportet worden. Okay. Wenn er da festpackt, ist gut. Ich wollte gerade sagen, bist du da? Ja. Da kommt's zu mir. Oh. Was, das war's? Wieso ist denn dann der andere Hai so schlecht? Das gab ordentlich... Ey, wenn das nicht reicht... Warte mal. Ich hab so viel rohes Fleisch dabei. Ich glaube, das reicht zwar eh vom Betäubungslevel, aber man kann ja nicht wissen. Es ist nie genug, du. Ich würd ja mal trotzdem gern so ne Unterwasserhöhle besuchen. Ja, die, hier oben, äh, das wird's schön nebelig oder was. Also jetzt hier da oben, ne? Links an dem Strand immer weiter entlang. Es ist gar nicht mal so weit. Es sollen ganz viele sein. Ähm, nee, kann ich dir sagen. Die nächste Höhle. Also, ach so, Unterwasserhöhlen meinst du? Ja. Warte, da links lang. Ja, da kommt noch eine. Aber auf der Insel, wo wir gerade sind, da ist einer. Okay, links neben dem Monument ist auch einer. Aber hier, vorhin hatte ich eine. Ich war oben drüber. Im Wasser? Ja. Kannst du vielleicht mal da hinten... Ist es weit von hier? Was schnappt der denn? Jetzt muss ich nur grad nochmal gucken. Koordinaten. 90840. Siehst du mich noch? Ja, ja. Aber... ...ganz knapp. Also gerade so noch, weil es auch neblig ist grad. Ich bleib mal stehen. Bist du ganz knapp über dem Wasser, ne? Mh, ja. Boah, ey. Weißt du, wie tief das da ist, um in die Höhle zu kommen? Das weiß ich nicht. Also, ich denke mal, dass es sehr tief sein wird. Jetzt muss ich erst mal warten. Und dann wird der nächste Angriff vom Hai kommen. Nein! So, warte. Du musst eh umdrehen. Ich sag ja, du kannst vergessen. Schon? Du kriegst... Ja, ja, da kam direkt schon wieder ein Hai. Hm. Also, du kannst ja, wenn du von deinem Agi abspringen ins... Ich... Boah, ich hab drei, vier Haie hinter mir her. Ähm, warte, ich komm. Das wird nix. Das wird nix. Oh nein, warte. Und ich häng auch fest. Ach du Scheiße. Jetzt wird's ja langsam noch dunkel. Boah, ich seh nur die Flossen dahinten. Nein, das sind zwei. Nur zwei? Okay, dann sind das die Schwanzflossen noch, die auch rausgucken. Warte mal, ich logg die einfach ans Strand und du ballerst drauf. Vom Strand aus. Ja, die sind immer noch hinter mir her. Oh mein Gott. Ich seh zwar nicht viel, ich baller gerade nur auf Schatten. Oh, jetzt greift er mich an. Ja, da kommt noch einer. Also, es sind zwei, ja. Ja. Warte mal, vielleicht ist es besser, ich komm einfach auch mit dem Bogen zur Hilfe. Weil die kommen ja eh nicht bis an den Strand. Na, was ist los? Jetzt verpisst ihr euch wieder, oder was? Wo guckst du? Ja, die ist schon ganz gekommen. Oh, das war aber knapp. Oh, da kommt der Nächste. Nein. Aber der müsste jetzt gleich tot sein. Ich glaub, der ist schon tot, der eine hier, oder? Boah, der ist ganz nah an mir gewesen. Jetzt ist einer tot. Ja, krass mit dem letzten Schuss, ey. Wie krass das war. So, da ich den angewreckt hab, dann hol ich mir den jetzt mit dem anderen. Dann kann er noch ein bisschen Kampflevel holen und so. Ja, da unten ist nur einer. Der ist leicht angeschlagen. Ja, hallo? Reiten bitte, ey. Boah, wie es der das mal gemacht hat jetzt. Nee, der verzischt sich. Ja, jetzt kommt er. Okay. Und wo ist eigentlich der, den wir getamed hatten? Meiner ist tot, oder was? Nee, boah. Hab ich den getötet jetzt? Ich hab's nicht... Nö. Ah, da ist er. Wo ist der, den wir getamed haben? Ah, da hinten. Gib ihm! Boah, war das knapp. So, um eben Luft holen. Oh, 10, wir sind übrigens fast fertig bei dem anderen. Sehr schön. Der hat Level up hier, der andere. Und jetzt... Und ich noch ein bisschen Prime-Meat. Ja, ich hab Prime-Meat ohne Ende gerade wieder rein. Ich geb dem auch noch mal ein bisschen normal. Ich hab so viel Fleisch. Ja, ich hab jetzt auch bestimmt 150 oder so. Ach, das langt nicht. Ich glaub, wir können gleich erstmal heim... Ne? Braten wie sonst was. Aber meiner taucht irgendwie nicht auf gerade. Doch, ist er jetzt. Boah, krass. Ich muss mich auch noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen mit denen. So, und das war's auch leider schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich sage wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss. Au, drin, bis dahin. Tschüss. Challenges. Tschüss. Villiers.